Heute darf ich, denn schließlich ist Fasching! Fasching heißt für mich tanzen, lachen, sich mal zum Nahen machen und auch vielleicht mal einen über den Durst trinken, um den Alltag zu vergessen. Humor, Lebensfreude in unserer triesten Welt manchmal bringt uns einfach die fünfte Jahreszeit, wo wir einfach mal ausgelassen sein können. An Fasching kann man alle die ausgelassenen Dinge tun, die sonst verboten sind. Musik 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 Fasching ist für mich einfach richtig Spaß haben. Lebensfreude, Spaß mit anderen Menschen, Gaudi, lustig sein, bunt, verrückt, laut. Man kann Kuchen essen! Fasching ist für mich!